Ah, glaub ich. Keine Ladung übrig! Ah ja, die Map kenn ich. Ah ja. Aura, kannst du die Garage schauen? Was? Ja, die Garage anschauen. Der meint den anderen, oder? Nicht mich, oder? Ja, ja, pass auf. Wer ist Blazing Star? Du bist Bucky, ne? Ja. Da kommen direkt welche bei dir oft. Ja, ich hab dich schon gesehen. Wer ist denn jetzt zu werfen? Wir haben Gegner gesichtet, ich glaub die gehen A. Das verschiebt mir immer wieder. Ich schieb mir eben die Ulti-Kugel auf, dann hab ich meine Quest schon fertig. Nice. Nein, da kommt jetzt nicht, dass jetzt zu euch kommt. Kann ich nicht heal, ich komme zu dir. Kann ich nicht heal, bitte? Ich heile dich. Ah, die wollen Heilung und so richtig. Ja, ja klar. Gesteppt eine ohne mir. In der grünen drin. Was war hinter dir? Ziele ausgeschaltet. Alle! Letzter lebender Spieler. Fuck, alle. Ein Gegner übrig. Nice. Die Granatenkiller oder was? Scheiße. Ah, die Granate war geiler, die ist übel getroffen. Ich wusste gar nicht, dass da da ist. Leider auch Maus, wenn es wieder zurück gerät. So eine Scheiße. Ich hab so lange gebraucht, dass die einigermaßen saugt. Boah, warum hat der das denn wieder zurück gestellt? Ich werd reden, ne? Ich hab so lange gebraucht. Ich hab so lange gebraucht. Ich hab so lange gebraucht. Der A. Ich glaub schon. Na B, keine Steps. Mehrere Gegner gesichtet. Sollen wir mal hinführen zu A? Ja, können wir machen. Ich geh mal übersprauen. Oh, die sind schon komplett durchgepuscht. Ja. Einer hat schon einen Hit. Ich hab Molly noch. Boah, einer pusht mich, der ist richtig vor AP. Einen Gegner übrig. Alter, Messer. Nur noch einen Gegner. Kannst du defuse? Ja. Gib dir bitte Kinder mit dir. Test down. Ach so, lor. Ich dachte, der hat noch gelebt. Aldi, 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 aldi. Nice. Der hat kurz die Buchse gejuckt bei Maki. Ja, aber echt so. Ich hab nen Kill gemacht. Alter, da liegt ne Waffe, Chigo. Hier liegt ne Waffe. Maki hat was hingeschmissen. Äh. Wird nicht gelingen kann nicht. Der Scherif? Der Scherif? Ja, wir gehen 3B. Ja, wir gehen 3B. Yes, Sir. Ist der Franzose? Alles im Auge behalten. Niko, sagst du, wenn du Steps hast. Ich geh jetzt durch. Ich bin verküllt. Bei mir ist frei. Ja. Geh clear. Zeigen. Geh vor. Ich hab vom Karajwecker. Gegner gesichtet. Kommen wir hier irgendwie durch? Durch die Tür? Wie geht es? Ja, ja, pass auf. Da sind die jetzt schon direkt vor dir. Direkt vor, die kommen gleich halt. Lens. Aber die ist zu, die Tür. Zeigen in den Heel. I lost 41 HP. Spike gefunden. Die müssen durch die Tür gedrückt werden. Hade ein. Gegner entdeckt. Ja, klar. Tötet mich durch die Wand, oder was? Hier. Direkt in der Ecke. Vorsichtig. Ein Gegner übrig. Was ist das denn? Was ist das denn? 55, you will probably heal. Ja, right there. Das muss erst nochmal stehen. Hat er gelegt? Ja, das wohl. Das kann nur ein Heel. Nice, good job, man. Uwe, das kann schon wegschießen, gell? Ah, okay. Ja, ich wollt's nicht. War doch okay? Ich hab' durchgesehen. Der hab' ich gelegt. Ja, ja. Du sollt' eigentlich nicht schützen. Achso, okay. Gut, gut gemacht. Also, das ist ja jetzt wieder nice. Ich hab' ... Now they will probably go away. I mean B. Also, wie kann ich nochmal callen, dass ich Geld übrig hab', falls jemand das braucht? Äh, du gehst aufs Kaufmenü und dann klickst du oben links auf dein Bild auf, ich hab' Credits übrig. Geht alles! Oh, dann heitsch mit dem Ding jetzt rum. Okay, Klappe ist richtig. Team Klappe ist richtig. Team Klappe ist richtig. Was? Klappe zu, Affe tot! Was? Klappe zu, Affe tot! Der benutzt eine Ulti, du kannst pushen. Gegner getötet. Ab ein. Nice! Vorsichtig! Ab zwei! Oh, shit! Hat mich getötet. Voll erwischt! Hier ist eine Wattung. Ein Gegner übrig. Nice! Hallo, Uwe, ist gleich eine fette Waffe rausgelassen. Klingt um die Ecke. Ah, fuck. Nice. Also, wie ich mich selbst geflasht habe, weil ich es falsch richtig geworfen habe. Lass mich nicht aufstehen. Ich hab Geld übrig. Ich hab Geld übrig. Ich hab Geld übrig. Brauch ich irgendwas? Ich hab übel Geld. Auch ask for something. Find ich das extra Money. Kann ich jetzt was kaufen? Nee. Wie geht es? Nee, da hat niemand was angefragt, gell? Nee. Der Typ hat mir auch gesagt... Ah, jetzt hat die meinen Laufweg blockiert. Was ist das denn das? Ich hab Ult. Ohhhhhhhhhh. Oh, Nico. Ich hab auch Ult. Hä, hat die jetzt wieder zwei Granaten? Doch. Da ist ein Link, da ist ein welcher. Pass auf. Gegner gesichtet. Toter Leiter. Ein Gegner übrig. Der letzte ist da auch irgendwo. Gegner gesichtet. Ja. Schau ich ihn zu mir. Makellos. Ah, gut. Ich schieße den voll an, die hat KS gezogen, zu einem Schuss. Lasst uns nicht von unserem rechtschaffenen Pfad abweichen. Okay, nachdem wir die Runde gewonnen haben, makellos, brauch ich glaube nicht zu fragen, ob ihr Geld braucht. Kann jemand sagen, kann du mit mir kommen? Ja, ja, gut. Gut, gut. Ich versuche einen Schuss zu holen. Ähm, nur dich. Da. Steps, 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 Steps. Facing in between now. Fass, fass, fass. Holy shit. Nein. Ah, das ist B. Dumm, Alter. Magie muss nicht. Alter. Okay, Magie muss nicht erhöhen. Das war klar, jetzt kommt einmal B und wir fällen so. Ja, Mann. Weil die viel zu entspannt waren, glaube ich. Der macht das fertig. Der macht das fertig. Boah, was geht bei dem ab? Was? Alter, okay. Was ist bei dem? Oh, stopp. Nice try, man. Ja, Mann, Alter. Alter, was war das denn? Ach, hast du was gesagt? Sorry, meine Ohren sind in mir. Ich finde es übel, Broke, dass deine gekauften Fertigkeiten, wenn du stirbst, nicht weggehen. Mhm. Das finde ich gut. Ist natürlich nice, aber ist irgendwie broke. Alter. Alter. Alter, das ist geil. Das macht ein nice Team bekommen im Mesa. Mach ich ja gar nicht. Hallo. Also das sorgt halt dafür, dass die Leute, die auch wirklich mal was droppen. Weißt du? Wenn ich die auf die späte CS-Leute nicht gedroppt habe. Mehrere Gegner gesichtet. Kopf los. Vorsichtig. Geht mir aus dem Weg. Volltreffer. Ich gebe so komische Headshots die ganze Zeit. Das ist so krank. Gegner entdeckt. Heiß. Nico, sag schon, wenn ich dir flaschen soll. Pass auf. Pass auf, da sind zwei. Links einer. Oh, die kommen darf über B. Über hinten. Pass auf, im Teleporter war, glaube ich, einer. Vielleicht. Ich würde im Teleporter einweihen, sonst komme ich durch den Teleporter. Da. Steffert bei mir. Pass auf, wo wir jetzt haben gehört. Shake, heal yourself. Nein, ich bin so bad, Alter. Scheiße. Sorry, Alter. Shake, heal yourself. Hier beim Stepp. Du hast deine Ulti, ne? Du kannst jetzt ulten und dann laufen. Kennst du die Ulti? Oh ja. Du bist noch nicht fertig. Ich werde wiederbelebt. Thanks, Bro. Hinter uns. Noch rund. Dein Gegner übrigens. Nice. Alter, hat sich schon die Wiederbelebung gelohnt. Nice, man. Thanks for the revive. Ganz geschehen. Hat sonst noch Spaß? Nur ich? Holt er mich wieder, Uwe? Ich werde grad wiederbelebt. Schädel laufen zwei Leute an mir vorbei. So muss sein. Ah, hier kann man ja rein. Gute Arbeit, macht jetzt keine Fehler. Ja bei dir was, Niko. Ich glaub, bei mir ist nix. Gegner gesichted. Ich hab dich schon. Gegner in Zeit. Ja, die gehen glaub ich auch wieder. Geh mal rüber. Ja. Barriere Ja klar, Alter, so ein Lutscher Da hat's ein Ult Gibt's da einen Callen irgendwo? Ich steig hoch Hier rechts rum, hier ist irgendwas Heilerin am Boden Warte, ich geh da durch Aber wir müssen schnell zum Zweig, wir haben gar keine Zeit Komm schon, los Das hier, ah de Scheiße, Mann, was ist denn das mit der Kacke? Wie defuse man denn? Hier Ein Gegner übrig Wow Holy shit, Alter Dude Ich wusste nicht mehr, Diken Ich wusste nicht mehr, Diken Der Knibbeldurch Ich wusste nicht mehr, Diken Ich wusste nicht mehr, Diken Mein Freund, du musst mich auf der Discord Ja, der war grandios Gut Job, mate Thanks, mein Freund Ja, und dass ich den einen weggeknüppelt hab, da ist für mich niemand Uwe, ich steh vor dieser Dings und guck es einfach an 3 Sekunden Uwe Ich geh mal A Maki, bist du A oder wer ist das? Nee, nicht ich Ich bin A Alter, ich sproke mit diesem grünen Nebel, Alter So Vorsichtig Die kommen gleich hinter uns 2B 1A 3A 3A Holy shit 1A 1A 2A 2F 7 3A 3A Eine direkt an der Bombe Freund, ich dachte, der ist schon tot, Alter Alter, ich komm nicht da rüber, ich hab meine Wallstube behindert gesetzt, heißt nicht mehr vorbei kommen Letzter lebender Spieler Alter, das ist da in diesem komischen Raum Ein Gegner übrig Du hast gut gekämpft Ja, aber ich hätte mich selber retten sollen Was für ein Portal? Was hat der gemeint? Ja, auf der anderen Seite Nee, direkt hinter Maki war so ein Teleporter, wenn du da durchgehst, wirst du direkt auf B teleportiert Also die Vandal, Uwe sag ich dir jetzt schon, oder diese Vandal, wie man das auch immer aussprechen mag Die ist wie die AK in Counter-Strike Okay, dann muss ich die jetzt, glaube ich, stellen Na, die Vandal ist echt nah, als stehe ich da die ganze Zeit Vorsichtig Hoffnungslose Mäuse Gegner Gewicht Ja, noch einer hier äh, 1-1 von auf B, Low HP Alter! Oh shit! Alter, ich schaff's immer, dir mich selber zu flashen Ein Gegner übrig. Nice. Zwischen die Augen. Die Uhr geht voll ab oder was? Ja. Über mir. Alter. 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 Ich hab richtig erschrocken. Aber warte mal, ich muss mich halten. Geh raus. Alter. Ich seh direkt neben dich. Ich muss mich halten. Schmeiß die Scheiß direkt auf mich drauf, Alter. Ist Friendly Fire noch an? Ja, ja. Ich mich heil und denk, boah. Don't pick him, don't pick him. Just wait. Er hat den Teleporter genommen. Er ist schon auf A. Safe. Wenn er das Geräusch macht, dann ist er schon da. Jo. Anziehen. Uwe, bist du tot? Nein, nein. Ich seh nicht mehr. Ich flasche einmal rein. Boah. Letzter lebender Spieler. Oh, nice, 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 nice. Da war der lebende Bait Haken am Start. Wo? Ja. So kann man nicht selber, siehst du da. Aber ohne Spaß, wie kann man Diffuse auf 4 legen? Was ist das denn? Ja, das ist überschön. Und wenn der auch über die erste Linie drüber ist, kannst du abbrechen und dann da nochmal direkt weitermachen. Also wo ich, glaube ich, das erste Mal, also wo ich das hier am Anfang spielte, war das, glaube ich, auf F. Das war viel sinnvoller. Ja, ich war am Anfang auch total unbekommen die Regel links. Ja, locker. Und mal zu dritt links. Boah, ich muss mehr Fähigkeiten, sonst krieg ich meine Fest gar nicht fertig. Wenn wir da geradeaus kommen die relativ schnell, oder bei mir da hinten. Dann schmeiß ich mal hier Bombule mit dem Raketenwerfer. Ah ja, klar. Der tötet mich, ich darf ihn aber nicht, Alter. Richtiger Homo. Sind die wieder A? Ja, komm. Da ist ein Onspot. Ich steig hoch. Wo war der andere? Aber ich kenne halt die Calls nicht. Oder irgendwas. Ich auch nicht. Alter, die im Zoom? Die andere Sensitivity im Zoom ist nicht immer strange. Oh, du da wieder da bist. Spike platziert. Jetzt geht die Party auf. Gegner gesichtet. Nicht wieder aufstehen. Ein Gegner übrig. Sie haben genau hier. Wo? Ah, wie ist das? Oh. André. Mein, mein, sorry. Letzte Runde vor dem Wechsel. Letzte Runde, ach boah. Hallo, jetzt noch ein bisschen Kohle. Ah, was? Wenn ich gleich kaufe, habe ich keine Kohle mehr. Okay, egal. Ich kaufe Spektrum, Rüstung. Nee, ich hole Dingens. Egal. Jetzt haben wir irgendwo gleich eine auf. 600 habe ich. Nee, passt. Aber, passt. Aber, passt. Wir führen eh. Ich gehe dafür rechts rüber. Hoffentlich fällt da gleich irgendwo eine Wolken ab. Wir gehen mal voraus. Stürm mal. Ich glaube, die sind... Ah, oder? Hier ist was? Nee, boah. Hat der Spike. Da gab es zwei. Hier ist eine Waffe für dich, Nico. Warte, ich flash. Ich bin hier an zwei. Da gab es zwei kreis. Ja, dann let's go zu Chico. Da! Da! So. Ein Gegner übrig. Ich steig hoch. Ja, dann... Was ist hier? Was? Wo ist der Spike? Hier, bei mir. Achso, lol. Ich such die ganze Zeit nach der Karte. Da liegt er. Wo ist der letzte? Keine Ahnung. Gibt bestimmt irgendwo einen Televater oder so. Ich hab ihn jetzt irgendwo verstanden. Ah, aber auch nicht. Okay. Good job. Ah, im Dear Drivers gleich Cheats. Seizenwechsel! Jetzt müssen wir angreifen, gell? Dann lass mal die Bombe mitgehen. Ja. Bin ich auch gefangen. Lock auf mal hier. Alter, schieß. Ich hab mal die Pistole gekauft. Ja, die geht richtig ab, Alter. Die schlisch. Ja? Also Headshot Maschine. Ja. Ja, let's go. Hauptsache, du kannst dir in die Wand Schlitze ran machen. Ja, Mann. Good job, guys. Nichts abkühlen lassen. Good job, guys. Das ist alles so Knifen oder was? Keep it up. Der ist richtig am Animieren. So, der wird unbedingt gewinnen. Ja, Mann. Da ist einer in den Korner. Wrong in den Korner. Go. Weiter. Schütti. Go. Vorsichtig. Wollen wir in die Richtung mal gehen? Ja, let's go, Alter. Sollen wir einfach mal rotieren? Alter, weißt du schon von wem die Scheiße, Alter? Let's rotate. Hey, let's teleport. What? Go to the port. Go to the port. Wollt ihr doch viel gehen? Go to the teleport. Teleport, guys. Ich weiß. Ich weiß nicht, wo der Teleporter steht. Hier. Okay. Voll erwischt. I need Heelsick. I'm passing to the speed. Let's go. Für dich. Thank you, sir. Haben die uns getrollt, Alter? Das ganze Team hat uns getrollt. Wie geht der Teleporter? Ich check's dich, Alter. Einfach durchlaufen. Ich lauf zu Fuß. Alter, ich bin ja jetzt schon auf weh. Hä? Ich sag doch, Alter. Die Team hat uns getrollt, alle. Beiplaziert. Hat jemand Heelscheiße? Geil, geil, geil. Alter, zu spät. Ein Gegner übrig. Gegner Wunsch. Lass weg ein. 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 Meine Maus hängt hier. Ich könnte ausrasten. Alter. Dem seine Maus hat offiziell gehangen, Alter. Ja, Mann. Ja, das sah aus wie wenn... Alter, schütti, schütti. Oh mein, dieser ver... dieser scheißen Maus. Bunch. Ich hab grad schon aufs Geräusch gewartet, während deine... deine Maus gegen jemand geflossen hat. Ja, Mann. Ne, diese Razor Naga, Mann. Die war blitz teuer. Vergesst doch bloß nicht. Ja, würd ich auch safe nur machen, Alter. Das ist so toll. Habt ihr gekauft? Wie macht man das jetzt hier? B. Ich muss nur einen Millimeter nach links nehmen. Ich hab kein Kabel mehr. Das ist nicht so schlecht. Die geht ab. Die fake mal hier. Begrazi. Ich kauf mir jetzt mit dem Stinger. Oder dem Maschall hier. Let's go. Vorsichtig! Mach Platz! Hallo, wird direkt eingetötet. Ich steig hoch. Du musst dich heilen, Mann. Die Feuerwehr hat erwischt. No Scope! Let's go, Mann. Hat einer hier... Vorhinten. Vorhinten. Warte, ich hab den, wenn der kommt... Alter, der kommt vor die Ecke, Alter. Der kommt vor der KF. Ja, ich brauchte die Waffe. Der letzte ist dahinten. Dann lass es doch mal. Hä? Der hat Hit von mir. Warum ist der nicht gestorben? Hab den Spike. Aber der ist lauer P. Lass mal pushen. Naja, lass mal auf A sein. Ja, ich hab gesagt. Ich hab gleich Asche full life. 92, ja. Der kann nicht so schnell hier rüber, oder? Ganz schön. Vorsichtig! Ja doch, kann der auch mit der Schloss laufen? Spike platziert. Der schießt schon. Lass Zeit schwimmen. Geht los. Alles gibt's nicht. Hast du ihn getroffen? Ja, klar hab ich ihn getroffen. Ja, dann hat er gar nichts mehr in der BU. Nice. Oh, du dachtest, ich musste mich anstrengen. Machst du Speck der Bess, oder? Hm, ich glaub, dass ich heute gebrauche ist. Ich kann nur legen, wenn ihr was braucht. Nö. Äh, ja. Kriege ich ihn bisschen weiter? Oh, ich hab's ja mir anscheinend direkt selber gekauft. Hä? Jetzt hab ich sie zweimal gekauft. Was war das denn? Alle Uwe, 17,6. Die Maschine. Der Uwe Karrie ist einfach geil. Ich lieg hier auch schon fast am M-Schreibfisch, hab ich hingelegt. Hä? Ich weiß, hat Fliegennotis. Alter, das ist jetzt ein anderes Bot. Jetzt müssen wir wieder anderes lernen. Ich glaub, hier ist richtig schlecht zu pushen. Mhm. Zu viele Ecken. Ich weiß nicht mehr, wo die kommen, Alter. Boah, schon wieder low AP. Oh, ja. Los geht's los. Vorsichtig! Ich glaub, wir müssen zurück zum A, Leute. Okay, los geht's. Geh zurück zum A, geh zurück zum A. Geh zurück zum A, geh zurück zum A. Weg 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 weg! Aura. Aura. Aura? Aura! Aura! Ich heile dich! Nur 30 Sekund. Hey, just go, we don't have time. Ist ein fagin'. Dude, Aura! Was are you doing? Phoenix, we need you and Aura is not listening. AIDEN! Dude, Aura, what the fuck are you doing?! So was... Ich bin tot! Der Aura hat gar keine Ahnung, was er macht. Ganz ruhig, es kann nur einen. Hä, was war jetzt grad los? Hä? Ich check's nicht. Ja, ich weiß. Ich glaub, der Aura hat seinen Bildschirm ausgeschaltet oder sonst. Das hat den anderen Pre-Mad-Mate nicht so gefreut. Dass er seinen Bildschirm ausgemacht hat. Ja. Der neift dich. Warum müssen die jetzt auch auf mich? Will der was haben? Der soll aber anfragen. Kann der was haben? Mir doch egal. Vorsichtig! Ja, da hockt einer auf der Kiste. Da ist einer im Fenster. Da ist einer auf der Kiste. Ich steig hoch. Sag ihn ihn, sag ihn ihn. Sag ihn ihn. Ja, klar. Alles gibt's nicht. Gerade in dem Moment drückt er sich. So unglaublich. Gerade fuck, man. So unlucky alle. One is window. Ja, das war. Jetzt haben's uns genau alle out of position gekriegt. Ja, man. Dann. Aber wir müssen einfach rushen. Wir dürfen nicht irgendwie... Just rush A. Together, please. Mhm. Hey. Ja. Ich versuch dann das Window gleich zu mollen. Oh no. Let's push the middle, please. All together. Ja, ja, ja. Auf geht's. Ja, ja. Aura macht sein Ding im Spawn. Auch gut. Oh weh. Okay. Der da oben ist das tot. Nice. Dann lass B gehen. Was ist das, Alter? Danke, shit. Da unten rum. Da unten rum. Kündigt sich's schon an mit ihrem Schlamz, Alter. Klopft. Ich steig hoch. Ein Spannchen. Ah, ich hab den Scheißhaufen. Ich hab den Scheißhaufen. Ich heile dich. Danke. Alter, vier, Mann. Sagt doch einer. Oh, Mann. Ich hab den Zweifel. Alter. Was war das? Alter, ich hab... Ja, Alter, das gibt's nicht. Ein Gegner übrig. Heilerin am Boden. Alter, ich drück E, statt die Scheißbombe zu legen. Mit vier, Alter. Und hab mein Feuer in der Hand. Denkst du, hä? Warum passiert nichts, Alter? Ey, bevor wir's, was geht ab? Wurde geplant? Wurde geplant? Oh, ne? Das ist schon übel mies, diese grüne Scheiße, Alter. Oh, ah, okay, Alter. Facebar. Ups, sorry, Guys. Oh, fine. Schafft es noch, schafft es nicht mehr. Nice, try'n. Leucht, was ist das? Knapp! Yes, let's fucking go! Holy shit! Alter, der raschelt komplett aus, Alter. Ah, schade das Band, sorry, Guys. Egal, wenigstens einer, der so macht das statt einer, der gar nicht redet. Weißt du, wie ich da mein? Ja, Mann. Ja, Mann, der ist parat. So, jetzt, was packe ich denn jetzt hier mal aus? Kann man hier dran? In den Laden? In den Laden? Überwältigt sie weiter. Mann, das ist übel schief fette Waffe. Für deinen kleinen Guy. Sorry, Guys, I'm a noob with white. Ey, das ist so lächerlich. Einer oben. Willkommen in meiner Welt! Zack, zack! Nein. Kein Flush. Job, guys. Ey, das kann nicht sein. Alter, das ist alles so voll mit grüner Scheiße. Alter, was ist das hier? Was ist hier los? Alter. Nice, Alter. Alter, das ist überall zu früh in die Kotze, Alter. Was machst du denn dagegen? Keine Ahnung. Holy shit. Ich muss mich ja mal wieder richtig hinsetzen. Ja. Anyone needs drop? Drop? Äh, ja. Wenigst Ultbidern. Braucht jemand Geld? Krieg ich ein bisschen Beute? Krieg ich ein bisschen Beute? Danke. Thanks, my friend. Ich geh mal mit dir, Nico. Schön die Wandel. Ja, er, er schlau'n. Ich geh gleich nicht hin. Jo. Ich heile dich. Hallo. Fährt überkrüppig rum, das Ding. Warte. Warte. Jetzt geht die Panja! Nichts rein. Oh, was war's dann für dich? Du bist noch nicht fertig. Geil. 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 Was? Was hab ich kaputt? Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Geil. 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 Ich steig hoch. Von oben. Eine. Window. Über dir, Maki, glaube ich. Ne, Chico, über dir. Gegner Gesichter. Nein. Ein Gegner übrig. Ich zieh. Ich zieh. Das zieh. Hey, der Donau, was geht ab? Alles fit bei dir. Matchpunkt. Gut. Ach, seht mal. Sie sind verzweifelt. Ja, okay. Uwe Carry. Was? Ja, Mann. Uwe knallt einfach durch. Scheiß Mausempfindlichkeit. Ist doch schlecht. Ja, ich zoome nie einfach irgendwie, weil es komisch ist. Vorwärts! Ne, die einstecken. Jo, alles im grünen Bereich. Gerade mal Valorant ein bisschen testen. Vorsichtig! Ja, 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 ja. Ja, nein. Kannst du mich heilen? Mach ich. Der braucht Heilung. Ich nicht. Danke. Sollen wir aber... Ich glaube, da kommt einer rein. Ein Gegner übrig. Jo. Hey, was machst du denn? Seht genau hin! Machst du einen, oder was? Ich glaube, da ist noch irgendwo einer. Ich glaube, da ist noch irgendwo einer. Was? Was? Das kommt schon bei euch schon immer. Team Ass! Ah, nice. Angreifer gewinnen! GG, weiter, guys! GG, guys! I was going to do! Dann ist noch mehr. Where are wir? Das kommt weiter. In Braschen? Dann geht's noch mit dir.